Die unterbrochene Hauptfallung gegen Heio Mittelpach wegen schweren Raubes wird hiermit fortgesetzt. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, ich möchte Ihnen nur kurz sagen, dass möglicherweise ein Ermittler vorbeikommt, der was Wichtiges für mich hat. Aha, ja gut, dass Sie es gesagt haben. Dann hören wir aber trotzdem den Zeugen an. Leonard Waderscheidt, bitte. Guten Tag, Herr Waderscheidt. Guten Tag. Im Übrigen, das, was Sie über mich gesagt haben, das wird Konsequenzen haben. Das ist eine Unverschämtheit, mir zu unterstellen, dass Sie mit diesem Typen da gemeinsame Sache gemacht haben. Herr Waderscheidt, jetzt nehmen Sie mal Platz und dann berühren Sie sich einfach erst mal, ja? Hallo, so geht es hier schon gar nicht. Jetzt legen Sie aber sofort auf, bitte schön, hier, ja? Ja, schicken Sie das los. Ich kann jetzt nicht. Ich melde mich später. Ja, ich muss Schluss machen. Herr Waderscheidt. Das war wichtig. Wichtig ist die Hauptfallung und Ihre Vernehmung. Und wenn Sie nicht wollen, dass ich ungehalten werde, dann machen Sie sofort Ihr Handy aus. Das kann ich nicht ausmachen. Ach, ist das ein Spezialmodell? Nein. Wer ist das erste Handy, das keinen Ausschaltknopf hat? Ich habe Verantwortung über 4.000 Leute. Ich muss jederzeit erhalten. Sie schalten das jetzt komplett aus. Sie können eh nicht rangehen während der Abfahrung. So. So. Entschuldigung. Dann hören Sie sich mal meine Belehrung an. Sie müssen ja die Wahrheit sagen. Sie müssen sich vor allem mal auf die Verhandlung konzentrieren. Ja? Und ich belese außerdem. 55 SDPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Leonardo Waderscheidt. 57 Jahre alt. Sie wurden in Köln verwitwet. Inhaber einer Kaufhauskette. Verwandt. Verschwäge mit dem Angeklagten. Nein. Gott sei Dank noch nicht. Aber bald wäre es ja passiert. Ach, deine Sprüche immer. Ja. Sie wissen, worum es geht. Dem Angeklagten hat vorgeworfen, er soll am 19. Januar 2010 ins Haus von Herrn Ebert eingedrungen sein. Ihn dort überfallen haben, weil er in dem Haus Geld vermutete. Ja, ich habe schon davon gehört, was Hajo sich diesmal wieder geleistet hat. Normalerweise fällt da eigentlich nur, dass ich ein merkwürdiges Benehmen auf. Aber dass er noch kriminell ist, das wusste ich nicht. Hatten Sie denn an Tatabend Kontakt zu Herrn Mittelbach? Ach, ja, ich kam von einer Aufsichtsratssitzung wieder, so um 22 Uhr und dann, ich glaube um 20.30 Uhr habe ich mit ihm telefoniert. Aber er war sehr nervös. Ich meine, Hajo ist eh kein taffer Typ und meistens neben der Spur. Aber der war so nervös, so nervös ist man eigentlich nur, wenn man was verbrochen hat. Um was ging es denn bei dem Telefonat? Ach, um die Organisation zwischen meiner Tochter und ihm. Hajo hatte sich bei mir beschwert, dass wir ihn in die Hochzeitsplanung nicht einbeziehen. Deswegen habe ich ihm 50.000 Euro überwiesen, damit er die Hochzeit planen kann. Jetzt müssen Sie mir was erklären. Es kam ja schon zum Ausdruck, dass Sie gegen diese Hochzeit sind oder waren. Und trotzdem geben Sie ihm 50.000 Euro, stattliche Summe finde ich nebenbei, damit er die Hochzeit organisieren kann. Ja, ohne überheblich klingen zu wollen, aber 50.000 Euro sind für mich Peanuts. Das sollte auch nur so eine Art Test sein. So eine Art Test. Hajo sollte mir und letztendlich auch Viviana beweisen, was er so drauf hat. Und das wollte ich an diesem Abend von ihm wissen, wie weit er mit der Organisation ist, wie die Hochzeit geplant ist. Aber ja. Was hat er denn geantwortet? Ja, eigentlich gar nichts. Der war verstört. Ich habe das Gespräch dann auch beendet, weil da kam nichts rüber bei ihm. Mir war eigentlich vor diesem Gespräch schon klar, dass der Junge nichts zustande kriegt. Was will man auch von einem Versicherungskaufmann oder anders verlangen? Ich sage dir eins, ja. Die Hochzeit findet statt. Ich heirate deine Tochter und du kannst dagegen gar nichts machen. Jente null. Die Hochzeit wird mit Sie gar nicht stattfinden. Und ich wäre sehr dankbar, wenn du mir die 50.000 Euro mal zurückgeben würdest. Die 50.000 Euro brauche ich für die Hochzeit mit deiner Tochter, falls du das vergessen hast, oder? Die gebe ich dir nicht zurück. Für welche Hochzeit? Du wirst wahrscheinlich hier für Jahre hinter Gittern verschwinden. Da bin ich froh drüber. Papa, bitte. Also Sie halten nicht viel vom Angeklagten. So viel ist ja nun wirklich klar geworden, oder? Ja, genau. Wie denn auch? Der kann doch meine Tochter gar nicht ernähren. Das habe ich Ihnen auch klar und deutlich zum Ausdruck gebracht in einem Gespräch. Und ich glaube, auch deswegen hat er diesen Eberta überfallen. Das heißt, Sie meinen, dass er sein Geld wollte, um Ihre Tochter zu beeindrucken? Ja, weil ich ganz eindeutig gesagt habe, ich habe ihm zwar diese 50.000 Euro überwiesen, aber ich wollte eine genaue, detaillierte Aufstellung haben, was er mit diesem Geld gemacht hat. Das Geschenk für meine Tochter, das habe ich von ihm erwartet, dass er aus seiner eigenen Tasche kommt. Ganz anderes Thema, Herr Raderscheid. Der Herr Ebert, der hat vorhin ausgesagt, dass er sich ganz sicher ist, dass die Waffe, mit der er bedroht worden ist, eine silberfarbene Walter-PP gewesen sei. Ja, das kann nur die aus meinem Waffenschrank sein. Die wird sich Hajo geholt haben, weil er wusste, dass ich den Schlüssel in einer kleinen Truhe im Schlafzimmer aufbewahre. Herr Raderscheid, ein Mann wie Sie geht doch sicher nicht so leichtsinnig mit seinen Waffen um. Und ich kann mir dreimal nicht vorstellen, dass Sie eine solch brisante Information jemandem wie meine Mandanten gegeben haben, den Sie offensichtlich nicht leiten können. Ja, natürlich nicht. Der muss das irgendwie mitbekommen haben. Weil in der Penthouse-Wohnung meiner Tochter liegt auch der Schlüssel für mein Haus. Und Hajo wusste an diesem Tage genau Bescheid, dass ich zwischen 16 und 22 Uhr gar nicht im Haus bin, weil ich eine Aufsichtsratssitzung hatte. Der muss sich die Pistole geholt haben und hat auch genügend Zeit, die wieder zurückzulegen. Also ich glaube sehr viel eher, dass mein Mandant das Opfer einer Intrige ist. Auch wenn Sie das nicht hören wollen, Herr Raderscheid. Herr Raderscheid, jetzt fangen Sie schon wieder damit an, dass ich mit den Herrn Ebert gemeinsame Sache gemacht habe. Das ist doch lächerlich. Genau, das würde aber in den Sinn ergeben. Sehen Sie doch endlich ein, dass Hajo eine absolute Nieti ist. Er ist ja sogar noch zu dumm, Überfall zu starten. Verdammt nochmal, ich hab's nicht getan, ich hab nichts gemacht. Kapier's doch endlich, Mann. Viviana hat sowieso was Besseres verdient als dich. Du warst ewig und immer nur hinter unserem Geld her. Ach, du willst doch nur wieder, dass dieser komische Ex-Freund zu deiner Tochter zurückkommt, oder? Carsten war im Gegensatz zu dir wenigstens ein richtiger Kerl und nicht so ein Weichei wie du. Papa, bitte, aber als ich mit Carsten zusammen war, da konntest du ihn auch überhaupt nicht leiden. Und jetzt tust du auf einmal so, als wäre er dein Traumschwiegersohn gewesen. Schatz, Carsten war im Gegensatz zu Hajo eine Rakete. Da sind wir wieder bei meiner Vermutung, dass Sie meinem Mandanten diese ganze Sache nur anhängen wollen, um eine Trennung zwischen ihm und ihrer Tochter herbeizuführen. Ach, das ist doch Quatsch. Hallo, ich hätte was für einen. Sind Sie der Mittler? Herr Sehloff, was gibt's denn? Entschuldigung, Herr Vorsitzender, das ist der Mittler, der vorhin schon von Herrn Verteidiger angekündigt wurde. Ja, bitte. Papa, wenn du was damit zu tun hast, was dir hier vorgeworfen wird, dann sag mir das jetzt. Ja, das kann doch nicht dein Ernst sein. Bitte. Ich weiß doch auch nicht. Sag mal, ist das die Freundin von Karl Ebert? Ja, genau, das ist sie. Herr Mittelbach, was ist denn das für ein Foto? Mit einem Penner! Oh, Scheiße! Ruhst du dich, Mann! Das ist ein kleiner Penner, bist du! Unglaublich! So, ich ordne als allererstes mal seine Fesselung an. Dann nehmen wir ins Protokoll... Stammt du bist doch mal! Drecksack! Du bist unschuldig, was darfst du denn alles sagen? Schauen Sie mal mal! Was er den Zeugen auf die Nase geschlagen hat. Unglaublich, so. Und es geht vorhin, der Beschluss gegen den Angeklagten Michelbach wird eine Woche ordnungshaft verhält. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Ich bitte entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, aber ich denke, dass es vielleicht besser ist, wenn wir die Verhandlung unterbrechen. Ich würde mich gerne ein bisschen mit meinem Mann anziehen. Das sollten Sie unbedingt! Und ich möchte, dass der Herr Ebert-Äztin untersucht wird. Herr Seelhoff, können Sie das bitte in die Wege leiten? Dann ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird für eine Stunde unterbrochen. Kommen Sie mal mit mir. Herr Ebert, es wird sich jemand um Sie medizinisch kümmern. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Heio-Mittelbach wegen schweren Raubes wird hiermit fortgesetzt. Herr Ebert, wie geht's Ihnen denn? Was glauben Sie denn, wie es mir geht? Schauen Sie es mal bitte an. Was darf denn der Typ hier sich alles noch erlauben? Das gibt's doch nicht! Meint ihr eigentlich, fühlen Sie sich in der Lage, weiter der Verhandlung zu folgen? Es muss weitergehen. Ich habe Schmeizmittel bekommen. Aber fragen Sie mich, das gibt's doch alles nicht hier. Gut. Dann machen wir mal mit Ihnen weiter. Ich habe allerdings im Moment keine Fragen mehr Ihrerseits. Auch nicht. Dankeschön. Dann nehmen Sie bitte den Platz. Sie bleiben unvereinigt. So, Herr Mittelbach. Und dann mal zu Ihnen. Und von Ihnen möchte ich jetzt zwei Dinge wissen. Erstens, wieso haben Sie sich so massiv für diese Tätowierungen der Freundin von Herrn Ebert interessiert? Und zum Zweiten, wieso haben Sie dem Herrn Ebert die Nase gebrochen? Herr Vorsitzender, das ist alles etwas komplizierter. Es ist nun doch so, dass mein Mandant die angeklagte Tat einräumen möchte. Wusste ich's doch! Lassen Sie ihn erst doch mal reden überhaupt. Mein Mandant gibt zu, Herrn Ebert überfallen zu haben und mit der Waffe von einem Raderscheid bedroht zu haben. Allerdings wollte er nur das Geld, das der Herr Ebert zuvor von ihm erpresst hatte. Aha. Geht das auch ein bisschen genauer? Ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass draußen eine Zeugin wartet, die das alles erklären kann. Das ist nämlich die Freundin von Herrn Ebert, Frau Stephanie Holbein. Herr Mittelbach, wollen Sie uns nicht selbst sagen, um was für eine Erpressung es da gehen soll? Also ohne die Stephanie Holbein sage ich hier schon mal gar nichts. Wer ist diese Frau? Keine Ahnung. Und die ist da. Na gut, wenn sie da ist, dann Herr Ebert. Kommt immer mehr an der Tagesliebe, Schatz. Stephanie Holbein, bitte. Holbein. Mein Gott, Karl. Karl, wie siehst du aus? Was ist passiert? Sag mir, liebe Du, was du hier zu suchen hast. Herr Ebert, Sie lassen jetzt mal sofort die Dame los. Und Ihnen hat ich eigentlich gesagt, Sie sollen hier nach vorne kommen. Wie läufst du denn hier rum? Ist das dein normales Outfit? Jetzt lassen Sie mich mal mit der Dame reden, ja? Aber zuerst mal möchte ich Sie belehren. Und zwar, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Keine Ahnung, worum es hier genau geht. Allerdings stehen Wörter hier im Raum, wo ich sagen muss, ich muss Sie belehren. 255, StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. So, und dann reden wir mal über Ihr Personal. Sie heißen Stephanie Holbein, stimmt das soweit? Das ist richtig. Wie alt sind Sie denn? 28. Wo wohnen Sie? In Köln. Was ist Ihr Familienstand? Ledig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Angestellte in einem Drogeriemarkt. Verwandt verschwägert mit dem Herrn hier? Nein. Dem Herrn Mittelbach wird vorgeworfen, er soll am 19. Januar 2010 den Herrn Ebert, den Sie ja offensichtlich kennen, in seinem Haus in Köln überfallen haben, mit einer Waffe bedroht haben, um ihm 10.000 Euro abzunehmen. Dann soll außerdem der Herr Ebert da festgekettet worden sein an der Heizung. Und jetzt kam die Behauptung auf, er habe sich Geld zurückholen wollen, das wiederum der Herr Ebert von ihm erpresst habe. Und dazu sollen Sie uns was erzählen können. Ich? Ich weiß darüber nichts. Gut, dann fangen wir doch mal ganz anders an. Kennen Sie den Angeklagten? Nein. Was? Hey, du lügst doch. Ich hätte dich fast nicht erkannt, so wie du aussiehst, ja? Das letzte Mal hast du irgendwie so ein biederes Kostüm angehabt und ein Blümchenhemd. Ich will jetzt sofort wissen, was hier los ist. Was hast du mit dem zu tun? Nein, das ist nicht so. Halten Sie sich doch jetzt einfach mal raus. Und jetzt erzählen Sie doch einfach mal, was Sache ist, bitte, ja? Ja, ich habe vor ein paar Monaten, habe ich mit meinem Schwiegervater in Spee, habe ich hier riesigen Streit gehabt. Ich war natürlich die alte Thematik, die alte Leihe, dass ich nicht gut genug bin für seine Tochter und so weiter. Und dann kam abends noch Viviana und hat zu mir gemeint, ob es in Ordnung wäre, wenn sie mit ihrem Exfreund was essen geht. Ja, und für mich war der Abend gegessen. Ich habe sie so die Schnauze voll gehabt. Und ja, das war noch die Krönung, dass sie mit ihrem Exfreund... Was haben Sie gemacht? Ja, ich bin in die Kneipe gegangen, habe mich zulaufen lassen. Ja, und als ich dann so richtig schön dicht war, kam sie, hat mir schöne Augen gemacht, hat mich natürlich bezirzt. Ja, und dann im Endeffekt hat sie es geschafft, dass wir aufs Hotelzimmer... Wie weißt du? Das war doch so. Du warst mit ihr als ich bäst erredet? Nein, ich war nicht mit ihr... Bedrohung hatte ich auch noch. Nein, dazwischen uns lief nichts. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Ich habe mit ihr rumgeknutscht, okay? Weißt du was? Du warst nicht besser als die ganzen anderen Zinsen. Hör doch mal bitte zu, dann habe ich gemerkt, dass das falsch ist, was ich hier mache. Und? Was wollen Sie erzählen? Ja, und dann waren wir im Hotelzimmer, auf einmal geht die Tür auf und wir wurden... Also ich habe gesehen, wie jemand reingekommen ist, ich habe sofort einen Schlag abbekommen. Es war ein Raubüberfall im Endeffekt. Ich bin bewusstlos gewesen, bin aufgewacht. Sie liegt auf dem Bett, die Nase voll mit Blut, weint, Geldbeutel weg, ihre Handtasche weg. Willst du mich eigentlich völlig verarschen? Natürlich will ich dich nicht mehr heiraten, ich bin nicht verarschen. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, bitteschön, ja? Du Versager, du. Viviana, kannst du dich noch erinnern, als ich das Pfeilchen hatte und die Kopfschmerzen? Ja gut, da kann ich mich dran erinnern, aber du hast mir erzählt, dass du in der U-Bahn zusammengeschlagen worden bist. Ja, ich konnte dir nicht so ganz die Wahrheit sagen. Ich konnte dir nicht ganz die Wahrheit sagen. Entschuldigung, wieso haben sie dann da ihr Verlobte belogen? Weil die Situation so ausweglos war. Sie hat mich wirklich wortwörtlich auf Knien, sie hat mich angefläht, dass ich dicht halten soll, weil sie ist anscheinend verheiratet und ihr Mann ist irgendwie so ein brutaler Typ, der hätte sie zusammengeschlagen. Das hat sie mir so glaubhaft dargestellt, dass ich dann halt meine Verlobte angelogen habe. Was ist dann nach dieser Nacht im Hotelzimmer passiert? Ja, und dann hat mich dieser Karl Ebert hat mich angerufen und hat mich dann erpretzt. Er wollte Geld dafür, dass er dicht hält. Ja, und Leon hat eben nicht erzählt, dass ich fast einen Seitensprung gehabt habe. Ich habe nicht mehr geschlafen wie Viviana, okay? Das soll ich dir glauben. Also Schweigegeld. Ja, das würde mich auch mal interessieren, was er im Hotelzimmer gemacht hat. Ja, ich habe halt bei dieser Sauftour, habe ich ihr halt erzählt, dass ich diese 50.000 Euro bekommen habe, um die Hochzeit zu organisieren, was natürlich im Endeffekt ein Fehler war. Ja, das hat dieser Herr Netzer, Herr Ebert, ausgenutzt, hat mich erpresst. Ich habe 20.000 Euro. Hatten Sie mit ihr noch Kontakt? Ich habe immer wieder probiert, dass wir zusammen zur Polizei gehen und das Ganze einfach normal in Ruhe irgendwie klären, aber sie hat mich so angefläht, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also Ihr Mann muss irgendwie ein Tyrann sein, der hätte sie, keine Ahnung, auseinandergenommen. Ich weiß es nicht. Ja, und dann habe ich, so gutmütig wie ich bin, ich habe dann die 20.000 Euro hingeknallt. An den Herrn Ebert. Ja, und dann später kam noch eine Erpressung, weil er von ihr gewusst hat, dass ich mehr Kohle habe, also ist noch mehr zu holen. Dann habe ich auch noch die ganze Kohle hingeknallt, sprich die restlichen 30.000. Ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Sie sagen, Herr Ebert, habe ich hier erpresst. Wieso sind Sie sich so sicher, dass das er war? Hatten Sie persönlichen Kontrasten? Nein, ich habe ihn beobachtet, als er das Geld, wie vereinbart, aus dem Mülleimer im Stadt... Das ist doch vollkommener Blödsinn, was du hier erzählst. Ey, lass mich auch hier, du hast das Geld aus dem Stadtpark rausgenommen, ich bin dir hinterher, du bist ins Taxi rein, abgehauen, fertig, hab dich gar nicht erwischt. Ich habe keinen Menschen erpresst, ich habe keinen Menschen gefasst. Das Einzige, was du musst, ist mein Kohle. Was wollte ich? Herr Ebert, Sie setzt sich mal hin. Erzähl doch keinen Scheiß. Jetzt ist aber genug hier. Ja, genau. Das, da nehmen Sie mir die Worte aus dem Mund quasi, Herr Ebert. Das ist genug. War Holbein. Stimmt das, was der Angeklagte erzählt? Hajo hat recht. Es stimmt, was er sagt. An dem Abend bin ich in die Bar und habe ihn gezielt angesprochen. Er saß am Dresen, war total betrunken und er war so schlecht drauf und er hat mir alles erzählt. Und er hat mir die Geschichte mit Viviana, dem Schwiegervater, den 50.000 Euro und dann bin ich auf Toilette, habe Karl angerufen und habe gesagt, wir haben einen Opfer heute Abend. Und dann sind Sie zu meinem Mandanten zurück und haben ihn weiter abgefüllt, oder? Ja, richtig. Und es war auch nicht schwer. Ich habe ihn dann dazu überredet, mit mir aufs Hotelzimmer zu gehen und bin ich später als Karl gekommen, hat ihn überwältigt. Er war bewusstlos und dann hat er das Geld genommen und ist verschwunden. Ja, aber du hast doch auch, der Gesicht war doch voller Blut. Das war Kunstblut. Sie haben gerade eben gesagt, Sie haben angerufen bei Herrn Ebert und haben gefragt und haben gesagt, wir haben ein Opfer für heute Abend, heißt es? Dass es eigentlich nicht das einzige Mal war, dass Sie nach der Masche vorgegangen sind? Nein, nein, war das nicht. Wir haben diese Show ein paar Mal abgezogen, eigentlich ständig. Immer wenn wir gemerkt haben, dass bei jemandem was zu holen war. Somit hat sich Karl sein Haus gekauft. Glauben Sie der Frau kein einziges Wort mehr. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Aber jetzt bleiben wir doch mal bei dem, worum es eigentlich hier geht, Herr Mittelbach. Wie haben Sie den Herrn Ebert denn dann gefunden überhaupt? Ja, das war ein purer Zufall. Ich war wieder, ich wollte wieder Spenden einsammeln und habe eben bei einer fremden Haustür geklingelt. Auf einmal macht mir er auf. Ich habe ihn natürlich sofort wiedererkannt, logisch. Ja, dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Bin erstmal dankend wieder gegangen. Habe den Schlüssel von Leonard mir geschnappt. Bin zum Waffenschrank, habe mir eine Knarre genommen. Ja, ich wollte halt Recht schaffen und wollte einfach mein Geld zurück. Ich wollte ja niemanden irgendwie töten oder so. Und wie war das dann? Hat er ihn dann abends nochmal freiwillig die Tür aufgemacht? Naja, er hat mich ja erst nicht erkannt. Aber als ich die Knarre rausgeholt habe, vor seinem Gesicht rumgefuchtelt habe und gesagt habe, dass ich mein Geld zurück will, da hat er schon gewusst, was los ist. Und wie hat er reagiert? Naja, er hat mich nicht ernst genommen. Er hat halt gemeint, wenn ich mit irgendeiner Tussi aufs Zimmer gehe, dann muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Angekältet um ihn weich zu kochen. Ist das richtig? Naja, gut klar. Ich habe halt gehofft natürlich, dass er mir sagt, wo das Geld ist, wenn er in seiner eigenen Wohnung irgendwie angekettet ist und hilflos da ist. Und auf einmal hat es geklingelt. Ich habe total Schiss bekommen, habe die Kohle selber gesucht und habe es dann auch schließlich gefunden. Ja, so war es. Herr Ebert, jetzt kommen wir doch mal zu ihm. 55 Stbo's, den müsste ich selber nicht belasten. Heftige Vorwürfe, oder? Was sagen Sie denn dazu? Zu den ganzen Vorwürfen hier, die stattfinden, zu dem ganzen Mist, habe ich nichts mehr zu sagen. Soll ich mir was sagen, du Mistkerl? Die 40.000 Euro, die bekomme ich von dir wieder. Hundertprozentig, da kannst du Gift drauf nehmen. Wo sind denn die ersten 10.000? Die habe ich versteckt in einem Schuppen, wo die Fahrräder abgestellt werden, habe ich sie in der Ecke versteckt. Was haben Sie sich denn gedacht, die 10.000 Euro da in der Kommode? Haben Sie gedacht, das sind Ihre Scheine, die Sie ihm damals gegeben haben? Aber es ist doch völlig egal, ob das jetzt genau die Scheine waren. Ich habe ein Anrecht auf 50.000 Euro, die mir entwendet wurden. Ist doch so, oder? Ja, weitere Fragen dazu? Keine Fragen, danke schön. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsweib, bitte. Groß gerichtet, Herr Verteidiger. Schwere Vorwürfe gegen Herrn Ebert, schwere Vorwürfe gegen seine Freundin. Aber mir geht es heute, Herr Mittelbach, erstmal um die schweren Vorwürfe, die ich gegen Sie erhoben habe. Und die nach meiner Überzeugung nach der Beweisaufnahme voll und ganz hier vorliegen. Sie haben Herrn Ebert überfallen, Sie haben ihn gefesselt, Sie haben ihn geknebelt, Sie haben ihn ausgeraubt. Und um es auf den Punkt zu bringen, Sie hatten kein Recht dazu. Ich habe verstanden, Sie wollten zurückhaben, was Sie dachten, dass es Ihnen zusteht. Aber dafür gibt es die Polizei. Und ich meine, Sie haben sich heute hier so toll geöffnet. Hätten Sie sich auch damals öffnen können. Und am Rande mal bemerkt, dass Sie mit der Dame damals mit aufs Zimmer gegangen sind. Naja, Entschuldigung, das haben Sie freiwillig getan, niemand hat Sie gezwungen. Also bitte da heute hier keine falsche Mitleidsnummer. Das Gesetz sieht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren für schweren Raub vor, zusammen mit der illegalen Schusswaffe. Und dann in Betracht gezogen hier Ihr Geständnis. Und die besonderen Umstände denke ich, dass hier eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren Tat und Schuld angemessen ist. Was ich hiermit beantrage. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich sehe das naturgemäß alles völlig anders und finde die gesamte Strafe völlig übersetzt. Insbesondere in Anbetracht der Umstände. Ich nehme aber den rechtlichen Hinweis des Herrn Vorsitzenden gerne auf und sehe das so, auch rechtlich gesehen, dass mein Mandant sich im Endeffekt nur das wiederholen wollte, was ihm gehört hat, beziehungsweise das, was sich sogar geliehen hat. Und bin der Meinung, ist es hier zu erkennen, auf Nötigung in Tateinheit mit einer Freiheitsberaubung, was natürlich einen wesentlich milderen Strafrahmen nach sich zieht. Zu berücksichtigen zugunsten meines Mandanten ist insbesondere auch, dass er Opfer einer wirklich hundsgemeinen Intrige geworden ist, die eines Groschenromans würdig ist. Und wenn Sie sagen, Herr Staatsanwalt, dass er selber schuld ist, wenn er mit der Dame mitgeht, glaube ich kaum, dass er sich hat träumen lassen, wie dieser Abend ausgehen würde. Insofern bin ich der Auffassung, dass all das keinen Platz greifen kann, was ihm hier vorgeworfen wird. Natürlich hätte er sich besser der Polizei bedient, als das selber zu machen. Aber es ist mit einem normalen Hergang des Raubes mit Sicherheit nicht vergleichbar. Ich beantrage deshalb für meine Mandanten eine kurzzeitige Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die selbstverständlich zur Bewährung auszusetzen sind. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Mittelbach, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Herr Vivian, ich möchte ja eigentlich nur sagen, dass ich dich wahnsinnig liebe, dass es mir leidtut. Und ich möchte weiterhin daran festhalten, dich zu heiraten. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil der Angeklagte Hajo Mittelbach. Ich schuldig der Nötigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch und mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe. Paragrafen 122 Absatz 1 und 2, 239 Absatz 1, 240 Absatz 1, 2 und 3, 52 Strafgesetzbuch und 52 Absatz 1 Nummer 2 B Waffengesetz. Über deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrensverurteilten nehmen Sie Platz. Das ergeht der Beschluss der Haftbefehle des Amtsgerichts Köln vom 20. Januar 2010 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. So freudestrahlend, wie Sie hier am Ende noch Ihrer Ex-Verlobten eine Liebeserklärung machen und das Heiratsversprechen erneuern, muss man fast annehmen, dass Sie sich des Ernstes der Lage, ja ich würde sagen überhaupt des Ernstes des Lebens, überhaupt nicht bewusst sind. Minuten vorher hat der Herr Staatswald sechs Jahre Verheirtschaft für Sie beantragt. Und ich sage Ihnen, wenn man hier zum Ergebnis kommt, das war ein Raub, dann ist das exakt Tat und Schuld angemessen. Wenn man es objektiv betrachtet, objektiv ist das ein Raub. Denn Sie hatten eigentlich keinen Anspruch, genau diese Scheine zu bekommen, das waren ja nicht Ihre, höchstwahrscheinlich. Sie haben überhaupt nicht einen Anspruch darauf, dass Sie auswählen, welches Geld er Ihnen gibt. Das ist immer noch Sache des Schuldners, zu sagen, ich gebe dir einen Scheck, ich überweise es, ich gebe dir diese Scheine oder jene Scheine. Das ist eigentlich jedem klar. Trotzdem sagt der BGH, rein subjektiv wird es oft am Bewusstsein der Rechtswidrigkeit fehlen, wenn man einen einredefreien Anspruch hat. Und den hatten Sie ja, Sie hatten den Anspruch, dass Sie das Geld aus der Erpressung zurückbekommen. Also, das heißt nichts anderes, wir müssen zu Ihren Gunsten annehmen, dass Sie nicht davon ausgegangen sind, dass das Zurückholen des Geldes rechtswidrig ist. Und einen fahrlässigen Raub gibt es nicht. Aber, natürlich war Ihnen klar, dass Sie es nicht mit Gewalt zurückholen dürfen. Natürlich war Ihnen klar, dass Sie ihn dazu nicht anketten dürfen. Und natürlich war Ihnen klar, dass Sie nicht einfach so ins Haus rein dürfen mit der Knarre in der Hand. Und überhaupt, dass Sie da nochmal bei Ihrem Ex-Fast-Schwiegervater einbrechen und sich eine scharfe Waffe holen. Und mit einer scharfen Waffe losziehen, um sich das Geld zu holen. Das ist das Verwerfliche an der ganzen Geschichte. Und das zeigt auch, dass Sie eine ganz massive Gewaltbereitschaft haben, die Sie übrigens heute, man muss den Herrn Ebert nur anschauen, auch nochmal unter Beweis gestellt haben. Und das ist auch der Grund dafür, das sind ja nahezu mafiöse Methoden, die Sie da angewandt haben, um Ihr Geld einzutreiben, warum hier keinesfalls eine Verwerbsstrafe in Betracht kommt, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Wegen der gebrochenen Nase, muss ich Ihnen leider sagen, wird auf das Ganze in einem neuen Verfahren sicherlich noch eine Kleinigkeit drauf gesattelt werden. Gegen das Urteil können Sie innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ihr Herr Verteidiger wird Sie beraten. Der Herr Staatsanwalt könnte das allerdings auch. Und wenn Sie jetzt mal Ihr Tagträumer-Dasein aufgeben und ein bisschen Realist werden, dann werden Sie auch erkennen, dass das mit Ihrer Ex-Verlobten mit Sicherheit nichts mehr wird. Schon gar nicht nach einer längeren Haftstrafe. Wenn Sie dann nochmal versuchen, bei ihr zu landen, dann laufen Sie Gefahr, dass der freundliche Aufpasser da hinten Ihnen eine ähnliche Gesichtsdeko ins Gesicht zaubern wird, wie Sie heute, dem Herrn Ebert. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Frau Hohlbein, Herr Ebert, Sie sind beide vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht der Erpressung, der dringende Tatverdacht des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung in Mittäterschaft. Wegen der hohen Strafverwartung besteht Fugtgefreiheit. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo! Schauen Sie mich mal an hier! Ich diskutiere mich. Er ist derjenige! Hallo, er ist derjenige! Ebert, doch nicht dich! Verdammt nochmal jetzt! Er ist derjenige, doch nicht dich! Karl Ebert wurde wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Erpressung in acht jeweils in Mittäterschaft begangenen Fällen sowie wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Hajo Mittelbach wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Stefanie Holbein wurde wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Erpressung in acht jeweils in Mittäterschaft begangenen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017